So, da sind wir wieder. Zwei mal nicht genau hingeschaut, schon stecken wir mitten in Kapitel 3. Ich begrüße euch zu der kommenden Diskussion hier im Kapitel 3, die sich um Arrays drehen wird. Arrays sind das, was den funktionalen Programmiersprachen die Listen sind, nämlich die Containerdatenstruktur, die wir benutzen werden, um Elemente gleichen Typs wie in einer Menge, in einem Container, in einer Collection zusammenzufassen und die dann gemeinsam zu behandeln. Okay, also wir wissen, wie wichtig die Listen als Datenstruktur in der Informatik 1 waren. Genauso, mindestens genauso wichtig sind die Arrays in imperativen Programmiersprachen. Die kommen mit ähnlichen und teilweise auch mit vollkommen verschiedenen Eigenschaften als Listen daher und dieses Kapitel ist der erste Einstieg da drin und lässt uns das Ganze so ein bisschen explorieren. Keiner kann uns mehr aufhalten. Kapitel 03, Arrays. Okay, schau mal, was es damit auf sich hat. Arrays sind, wie gesagt, tatsächlich Containerdatenstrukturen. Wir können darin mehrere Werte, mehrere C0-Werte irgendwie speichern. Diese C0-Werte, wenn sie sich denn erstmal in dem Container befinden, werden wir auch die Elemente des Containers nennen. Ein Element befindet sich in einem Container. Container umfasst mehrere Elemente. Das ist so die Sprechweise und die Vokabeln, die dann typischerweise auf dem Tisch liegen. Okay, dieser Container speichert uns die ganzen Werte, die ganzen Elemente und er organisiert sie in Sequenz. Es macht also durchaus Sinn, von dem ersten und dem letzten Element in einem solchen Array zu sprechen oder von zwei Elementen, die in einem Array benachbart sind. Okay, all das werden wir im Rahmen dieser Vorlesung irgendwie öfters tun und es ist auch eine gute Bezeichnung für die ganze Klamotte. Erinnert euch in Informatik 1, wo wir uns irgendeinen Typ A hergenommen haben und dann für diesen Typ einen Typ List of A bauen konnten. Das waren die Listen, die A-Elemente beinhaltet haben. Ganz ähnlich sieht das eigentlich hier in der Sprache C0 aus. Wir haben Elementtypen, Tau hier. Hier stehen sie ganz links. Okay, und ja, ich kann ein Array von Tau-Elementen irgendwie konstruieren, indem ich diesen Typ hier benutze. Okay, also einfach hier, dort wo das Tau steht, irgendein Typ Name, den wir in C0 kennen, zum Beispiel Bool oder Int oder String. Okay, alles klar. Dahinter zwei eckige Klammern gesetzt. In diesen eckigen Klammern befindet sich gar nichts. Okay, das ist der Typ der Arrays, der Elemente beinhaltet vom Typ Tau. Okay, also ein int, eckige Klammer, auf, eckige Klammer zu, wäre ein Array, das nur Integerwerte beinhaltet. Okay, ich sage nur Integerwerte, weil solche Arrays tatsächlich homogene Container sind. Alle Elemente in so einem Container teilen sich ein Datentyp. Alle Elemente besitzen den gleichen Element Typ Tau. Okay, keine Integers mit Booleans, keine Chars mit Strings gemischt in solchen Containern, in solchen Arrays. Das sind homogene Container. Alles klar. Abweichend von Listen, abweichend von Listen speichern Arrays eine fixe Anzahl von solchen Elementen. Okay, ihr wisst noch aus der Informatik 1, in so eine bestehende Liste konnte ich mit einem entsprechenden Cons-Operator oder Make-Pair-Operator, wie wir ihn genannt haben, immer noch ein entsprechendes Element vorne dran packen. Okay, Listen Kopf, Listen Rest, das waren die entsprechenden Vokabeln, die da auf dem Tisch waren. Damit war das eine flexible Datenstruktur, die durch weitere Make-Pair-Aufrufe wachsen konnte. Nicht so im Falle der Arrays. Arrays sind Container-Datentypen fixer Größe. Okay, wenn wir so ein Array irgendwie konstruieren, werden wir uns für eine natürliche Zahl n, hier aus n0, entscheiden müssen. Das ist die Anzahl der Elemente, die sich in diesem entsprechenden Array befinden können. Es können sich nicht weniger, es können sich nicht mehr Elemente als n in diesem Array befinden. n ist eine fixe Anzahl. Okay, alles klar. Ja, also jetzt nehmen wir uns mal so ein Array her. Ich nenne das Array hier mal XS. Ihr kennt nun die Konvention, dass ich irgendwie Container irgendwie mit dieser Konvention Xs oder Ys oder Zs, also Zs, Ys, Xs benenne. Und ich denke, ich werde das hier im Rahmen dieser Vorlesung einfach ganz genau so weitermachen. Da haben wir uns schon dran gewöhnt. Also, Xs sei jetzt einfach mal so ein entsprechendes Array. Hier sehen wir den entsprechenden Typ. Das ist natürlich ein Array-Typ, den Xs besitzt. Kann ja gar nicht anders sein. Und Xs hat die Länge n. Denkt euch, irgendeine entsprechende natürliche Zahl hier an der Stelle. Okay, dann wäre ein Bild, das ich dazu malen könnte, zu Xs, das wäre eigentlich ein ganz sinnvolles Bild hier. Ich kastele das jetzt mal gerade ein. Das wäre eine sinnvolle Zeichnung für unser Array Xs. Wieso? Weil das Ding genau n Elemente speichern kann. Hier würde das 0. Element leben. Hier würde das Element mit der Nummer n-1 leben. Und 0 bis n-1, das sind genau n Elemente. Okay. Tatsächlich macht es in dieser Darstellung hier auch Sinn, davon zu reden, dass dieses Element, das ich jetzt gerade highlighte, dass das irgendwie benachbart ist und nach diesem entsprechenden Element hier kommt. Es macht Sinn, hier vom ersten und vom letzten Element zu reden. Das ist also eine geordnete Datenstruktur, in der es irgendwie sinnvolle Nachbareigenschaften gibt. Was ich weiß, ist hier, dass in diesen einzelnen jetzt gehighlightten Feldern, in dem hier zum Beispiel, hier oder in dem hier, dass sich jeweils gleichartige Elemente befinden werden. Immer nur Werte des Typs tau. Kann gar nicht anders sein. Wie spreche ich von einem bestimmten Element in so einem Array? Ich werde natürlich hier, ich werde die Position des entsprechenden Elementes hier in dem Array benutzen. An jeder dieser Position, an jeder dieser Integerzahlen hier oben, kann sich immer genau ein Element befinden. Okay, also hier, das wäre die Position 0. Okay, hier befindet sich die Position n-1. Diese Positionen sind so wichtig bei der Adressierung, beim Ansprechen, Entschuldigung, der einzelnen Elemente in dem Array, dass sie einen extra Namen verdient haben. Diese Positionen nennen sich auch Index. Okay, also hier ein Index 3, der hier auf der Folie gehighlighted ist. Ein Index 3, lass mal schauen. Hier Index 3, okay. Da befindet sich dieses Element, ich habe das hier mal x1 genannt. Das ist damit gemeint, wenn ich hier schreibe, hey, das Element x1, auf das wir da gerade mit dem Pfeil zeigen, das ist in Wirklichkeit xs am Index 3. Und das ist die Notation, die wir dafür benutzen werden. Hier diese eckigen Klammern, die wir eben schon bei der Typkonstruktion kennengelernt haben. Wir werden die eckigen Klammern auch benutzen, um uns in diesem Array zu orientieren und bestimmte Elemente anzusprechen. Kommt gleich noch eine extra Slide dazu. Also wenn das hier das Element xs, eckige Klammern 3 ist, dann hier, dann ist x2 offensichtlich das Element xs in eckigen Klammern n-1. Okay, also hier sind die entsprechenden Elemente in so einem Array irgendwie schön aufgereiht. Wir können sehen, dass irgendwie das Element xs i benachbart ist zu den Elementen xs i-1 und xs in eckigen Klammern i plus 1. Das sind benachbarte Elemente, die sind richtig schön linear aufgereiht und der letzte Satz hier auf der Slide, der spiegelt das so ein bisschen wider. Diese Organisation von Elementen in so einem Speicher, das spiegelt so richtig schön die lineare Organisation eines, des Primärspeichers, des RAM, des Random Access Memory in unseren Rechnern heutzutage irgendwie wieder. Okay, die Arrays sind eine direkte Spiegelung dieser Eigenschaften des direkt adressierbaren Speichers, dieses Random Access Memories in eine Programmiersprache. Random Access heißt nicht, dass der Zugriff auf das Memory irgendwie total zufällig ist. Ich weiß nicht, wo ich zugreife, sondern ich bin total frei und kann mal an diese und mal an diese Stelle greifen. Und genau so werde ich das in Arrays machen können. Ich werde mal hier an die Position xs in eckigen Klammern 3 mal an die Position xs in eckigen Klammern n-1 greifen können. Niemand wird mich davon abhalten können. Das war in Listen in der Informatik 1 komplett anders. Wenn ich mich da irgendwie auf ein bestimmtes Element irgendwie hin navigieren wollte, dann musste ich mit Pattern Matching erstmal immer auf den Listenrest zugreifen, den Listenkopf wegwerfen, wenn er mich interessiert, und mich so langsam iterativ vorarbeiten. Das wird hier in Arrays anders sein. Wie gesagt, kommt gleich noch ein extra Slide dazu. Okay, Arrays sind Containerdatenstrukturen, die können also potenziell relativ groß werden. Wer weiß, wie groß n ist, wer weiß, wie viele Elemente wir in diesen Strukturen speichern wollen. Darum sieht man in diesen Programmiersprachen, in vielen dieser imperativen Programmiersprachen, die Allokationen, das Anlegen des Arrays im Speicher. Wo wird das platziert? Wo finde ich für diesen potenziell riesigen Containern mit n Elementen, wo finde ich da Platz in meinem Speicher? Diese Allokation, das Platz finden, ist eine extra explizite Operation in vielen dieser imperativen Programmiersprachen. Und C0 und die Sprache C und C++ sind an der Stelle nicht anders. Sie unterscheiden sich syntaktisch an der Stelle, aber was sich dahinter im Detail verbirgt, ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Okay, Array Allokation in C0 ist implementiert durch diese Funktion hier. Eine Funktion, die offensichtlichen Seiteneffekt haben muss. Sie wird uns gleich einen Wert zurückgeben, wir werden gleich sehen, welchen Wert. Aber sie hat auch einen Seiteneffekt im Speicher. Es wird Platz aufgeräumt, um entsprechend einen neuen Container von n Tauwerten anzulegen. Das ist die Aufgabe von Alloc Array. Okay, Allocate Array für uns. Okay, alles klar. Das Ding ist also ein Ausdruck und wird einen entsprechenden Rückgabewert haben, aber es hat auch einen Seiteneffekt. Genauso steht hier an der Stelle. Und wenn es mir darum geht, tatsächlich so eine Array hier dieses Typs anzulegen, ich möchte lauter Tau-Elemente in dem Array speichern, also ein Tau-Array irgendwie anlegen, alles klar. Ja, mit n Elementen natürlich. Ja, dann wäre das das entsprechende Idiom, die entsprechende Abfolge von Anweisungen und Deklarationen, die ich in meinem C0-Programm bräuchte, um genau das zu machen. Okay, ich würde mir erstmal eine entsprechende Array-Variable deklarieren. Hier ist meine Array-Variable xs, kennen wir schon von der vorherigen Slide. Das soll eine Array-Variable sein, in der ich Tau-Elemente speichern kann. Okay, wie viele von solchen Tau-Elementen möchte ich denn speichern? Was wird die Größe n meines entsprechenden Arrays sein? Ja, das lege ich hier fest, wenn ich xs an der Stelle tatsächlich definiere. xs ist eine Variable, in diesem Fall eine Array-Variable. Nach Deklarationen ist das Ding undefiniert, wie ihr wisst. Hier definiere ich und initialisiere ich meine Variable xs. Und zwar benutze ich dazu diesen Allog-Array-Aufruf hier an der Stelle. Allog-Array hat genau zwei Parameter. Der erste Parameter ist ungewöhnlich, das ist nämlich kein Wert, sondern ein Typ. Okay, was soll der Elementtyp an der Stelle sein? Taus. Okay, wie viele davon brauchst du? Ein Stück. Alles klar. Das sind die beiden Parameter, die sich in diesem Allog-Array wiederfinden würden. Und ihr könnt schon sehen, dass das Tau hier und das Tau hier offensichtlich zusammenpassen müssen. Das hier ist eine Variable deklariert für ein Tau-Array. Okay, wenn ich jetzt hier in den Array anlege, das was anderes speichern soll als tatsächlich Tau-Elemente, habe ich an der Stelle ein Problem. Können wir nachher mal in Coin ausprobieren und wird ordentlich auf die Finger geklopft werden. Die beiden Dinge hier müssen also zusammenpassen. Lass mich mal einen Strich ziehen hier. Die beiden müssen zusammenpassen. Okay, unter Umständen wird mit so einem Allog-Array-Aufruf ein ganz großer Seiteneffekt ausgelöst und ein ziemlich großer Speicherbleck angelegt da draußen in meinem Ramm-Speicher. Ja, also das ist doch eigentlich der Speicherplatz, den ich für benötige. Ich brauche auf jeden Fall n mal s-bytes Speicherplatz. Wenn jedes der einzelnen Elemente vom Typ Tau in meinem Array s-bytes Speicherplatz benötigt, okay, dann werde ich davon n mal s-bytes brauchen, um das ganze Array zu speichern. Wenn n groß ist, kann n mal s erheblich groß sein. Okay, also Allog-Array kann unter Umständen einen wirklich signifikanten Seiteneffekt auf die Organisation meines Speichers irgendwie da draußen haben. Ja, das ist klar. Normalerweise wird der Speicherplatz, der dafür benötigt wird, um n Elemente des Typs Tau zu speichern, der wird eindeutig größer sein als genau die Größe an Werten, die ich in einer normalen C0-Variable speichern kann. Okay, wir haben dafür schon ein Gefühl bekommen, was denn so in so eine C0-Variable ungefähr reinpasst an Information. Als wir uns über die Integers im letzten Kapitel unterhalten haben, was wir da gesehen haben, ist, ja, Integers, die größer als 32 Bit, nicht Byte, die größer als 32 Bit, also 4 Byte sind, die passen überhaupt gar nicht in so eine C0-Variable rein. C0-Variablen für Arrays wie das XS hier oben können ebenfalls nur 32 Bit an Information halten. Hundertprozentig nicht n mal s-bytes Speicherplatz. Was steckt dann in dem XS drin? Sicher nicht die einzelnen Elemente, die n Elemente unseres Arrays tatsächlich selber. Okay, die müssen irgendwo anders abgelegt sein. Was sich in dem XS tatsächlich findet, ist nur eine sogenannte Referenz. Hier ist es eine Referenz auf das Array. Adressinformation, die uns sagt, hey, da draußen im Speicher, irgendwo im Heap, genauer gesagt, da draußen im Heap, im Speicher, befindet sich irgendwie dieses entsprechende Array XS mit n Elementen des Typs Tau. Hier kannst du es wiederfinden. Diese Adressinformation, die findet sich in XS. Nicht die wirklichen n Elemente, die tatsächlich dort gespeichert sind. Okay. Wir werden das gleich sehen, wenn wir in die Coinshell gehen. Ich habe hier mal einen entsprechenden Ausschnitt aus dem Dialog mit der Coinshell oder mit der CoinRappel hier mal irgendwie wiedergegeben. Wenn ich tatsächlich eine Variable vom Typ Int Array deklariere und ich nenne sie XS, wie auch sonst, dann werde ich dazu AllogArray benutzen und ich werde tatsächlich hier ein Array anlegen, das Integer-Elemente speichern kann. Super, passt mit meinem entsprechenden Typ zusammen. Lass mich das nochmal highlighten. Hier ist mir sehr wichtig. Ey, der ist schön gerade geworden, der Strich. Darunter, die beiden passen zusammen. Okay. Davon bitte zehn Stück. Zehn. Zehn solche Integers werden zehn mal vier, also 40 Byte benötigen. Deutlich größer, deutlich größer als die 32 Bit, die ich in einer Variable wie XS irgendwie speichern kann. Okay. Tatsächlich wird also nicht das Array in XS gespeichert, sondern der Ort. Der Ort, wo sich das Array irgendwo da draußen im Speicher befindet. Und hier. Hier ist die entsprechende Antwort unserer Coinshell. Das ist die Codierung. Das ist die Adresse des Ortes, an dem sich ein Int Array mit nachher zehn Int-Elementen irgendwie befinden wird. Okay. Das ist doch schon mal was. Wenn wir wissen, dass da draußen irgendwo im Heap, irgendwo im RAM für uns tatsächlich das Array angelegt wurde, dann ist das schon mal die halbe Miete. Es gibt entsprechende Operationen in C0, die uns erlauben, diese Adresseinformationen zu verwerten und dann tatsächlich auf die zehn einzelnen Integers da draußen im Speicher irgendwie zuzugreifen. Okay. Alles klar. Das ist mir eine ganz, ganz wichtige Sache hier, das mit dieser Referenz. Tatsächlich wird es allgemeine Diskussionen geben hier bei der Diskussion in C0, die sich die sogenannte kleine Werte von großen Werten unterscheidet. Kleine Werte sind sowas wie Characters oder Integers oder Booleans. Dinge, die ich locker in 32 Bit darstellen kann. Alles, was die 32 Bit überschreitet. Strings mit ihren beliebig vielen Zeichen. Bestimmt mehr als vier Zeichen und damit mehr als 32 Bit. Oder Arrays mit N Elementen des Typs Tau. Und wir werden auch andere solche Datentypen und Werte kennenlernen. Die sind groß. Im Gegensatz zu Integers, Booleans und Char sind solche Werte groß und können nicht direkt in C0 Variablen leben. Okay. Das wird ein Unterschied sein, den wir irgendwie beachten müssen und betrachten müssen, wenn wir in C0, aber auch in Programmiersprachen wie C und sowas programmieren. Und wieder schlagen die Charakteristika der Maschine durch. Es gibt irgendwie Maschinenregister in der CPU. Gibt es Register von endlicher Breite? Vielleicht 32 Bit. Lass es 64 Bit sein. Das ändert an dem ganzen Prinzip auch nichts. Das sind kleine Werte, die kann ich dort direkt speichern. Alles was größer ist, dadurch kann ich nur entsprechende Referenzinformationen speichern, die mir hilft, das Zeug wiederzufinden, wo es denn irgendwo später mal im Speicher angelegt ist. Auch das ist eine Diskussion, die mir so wichtig ist, dass sie irgendwie später hier nochmal im Rahmen dieses Chapters 3 aufgegriffen wird. Okay. Lass uns mal ein bisschen genauer schauen, was bei Array Allokation passiert. Direkt nach der Allokation, direkt nach dem Array Allok Aufruf, ist tatsächlich Platz geschaffen worden für n Elemente des Typs Tau. Und damit habe ich tatsächlich so einen Tau Array XS geschaffen. Alles klar. Nach dem Array Allok, was befindet sich dann in diesen n Elementen, könnte man sich fragen. Und die Antwort von C0 ist eine sehr, sehr luxuriöse Antwort. Diese n Werte des Typs Tau, die sind nach dem Array Allok für uns schon vorinitialisiert worden. Okay. Wir sind also genau darüber informiert, was sich irgendwie an der 0. Indexposition, an der ersten, an der n-1. Indexposition tatsächlich in dem Array zurzeit nach dem Array Allok direkt befindet. Okay. Es hängt so ein bisschen davon ab, welchen Elementtyp Tau unsere Elemente haben an der Stelle. Und hier seht ihr eine kleine Tabelle, in der ich aufgelistet habe. Das könnten meine Elementtypen Tau sein. Das wären die Default-Werte, die voreingestellten Werte, die ich vorfinde in dem Array, direkt nach dem Array Allok. Integers 0, Booleans, Faults, hier, das ist das Zeichen mit dem ASCII-Code 0, das ist die Repräsentation in dieser Escape-Syntax dafür, oder leere Strings. Das sind die Dinge, die sich an der Stelle in dem Array befinden werden. Okay. Also wenn ich mich irgendwo hier in meinem Code erwische und dabei eine Array-Deklaration für so ein Integer-Array-XS habe und danach das Ding dann gleich initialisiere und definiere, hier durch diesen Allok-Array-Aufruf, Int und Int, passt zusammen, super, 10 Int an der Stelle bitte in dem Array vorsehen. Was ich dann zurückbekomme, in dem Allok-Array-Aufruf, wissen wir in der Zwischenzeit, ist nicht das Array selber, ist eine Referenz da drauf. Die Referenzen sehen irgendwie immer in der Ausgabe von Coin so komisch aus. Das hier sind 32 Bit. Wir werden auch darüber sprechen, das ist unter Hexadezimal-Darstellung von 32 Bit. Int als Adresse zu lesen, als Lokation, als Ort im Speicher, wo sich das Array tatsächlich befindet. Okay. Wenn ich dann tatsächlich im Speicher mal nachschaue, das hier ist meine Adresse im Heap und genau an der Stelle schaue ich jetzt mal nach, genau an der Stelle schaue ich jetzt mal nach, was ich dort im Speicher finde, dann finde ich genau das hier vor. Weil wir ein Int-Array angelegt haben und die Tabelle uns sagt, Mensch, die entsprechenden N, in diesem Fall 10 Elemente, sind alle mit 0 vorinitialisiert, finde ich genau das an der entsprechenden Adresse hier im Speicher wieder, genau diesen Inhalt hier. Okay. Lass mich das mal genau umfahren hier, weil mir das wichtig ist. Okay. Ich kriege also hier Platz für 10 Ins geschenkt, okay, die jeweils sich an der Indexposition 0 bis 10 minus 1, also 9 befinden. Alle Elemente sind entsprechend initialisiert worden. Aber ich habe das hier versucht, hier, ich habe das hier versucht so ein bisschen anzudeuten, hier an den Grenzen des Arrays. Hier und hier, hier und hier. Da geht mein Heap, da geht mein RAM, da geht mein Speicher natürlich weiter. Vielleicht befinden sich die Elemente eines anderen Arrays oder vielleicht irgendeinem anderen großen Wertes, der dort irgendwie von 10 0 für mich im Heap abgeladen wurde, im Speicher abgeladen wurde. Okay. Stellt euch, wo, was passiert, wenn ich auf dieses Array hier zugreifen würde, nicht an Index 9, sondern an Index 10 oder 11 oder 12 oder minus 1 oder minus 2. Das fühlt sich so an, als ob ich irgendwie hier jenseits der Grenzen des entsprechenden Arrays XS nach entsprechenden Elementen suchen würde, mit illegalen Elementen, mit illegalen Indizes sozusagen. Das ist ein Phänomen, das sich Index Violation nennt. Also, du hast einen Index benutzt, der nicht zu den gültigen Indizes zwischen 0 und minus 1 gehört, für dieses Array XS. Und, ja, das ist normalerweise etwas, was in einer Sprache wie C unentdeckt bleibt und zu wirklich üblen, üblen Fehlern führen kann. Die größten Sicherheitslücken da draußen, die diesen Planeten beschäftigt haben, haben damit zu tun, dass auf Array-Elemente zugegriffen wurde mit Indizes, die fragwürdig sind. Okay. In der Sprache C0, wie wir gleich auf der nächsten Slide sehen werden, bekommen wir deswegen auf die Finger geklopft. Und das ist ein wirklich sehr, sehr wertvoller Service in der Programmierung mit Arrays. Ihr werdet das noch kennenlernen, jeder von euch, inklusive mir, wird laufend in der Entwicklung von Programmen Array-Index-Violations erzeugen, weil wir uns irgendwie beim Berechnen eines Array-Index um 1 vertun, vielleicht 1 zu früh oder 1 zu weit hinter das Array greifen und damit eigentlich die Array-Grenzen verletzen. Okay. Darum eine extra Slide dazu, zu Array-Indexierung. Ich hatte schon gesagt, das hier, das ist die Notation, die Syntax, die wir benutzen, um am Index i in das Array-XS reinzugreifen. Was wir dort finden werden, ist ein Wert des Typs Tau. Okay. Alles klar. Man nennt das auch Array-Indexierung oder Array-Indexing. Okay. Alles klar. Ja, klar, das i hier, der Index, das muss ein Ausdruck sein des Typs Int. Okay. Das muss irgendwie kein Integer sein. Wir können einen komplexen Ausdruck benutzen an der Stelle, einen potenziell komplexen Ausdruck, um genau den Index zu berechnen, den wir jetzt in dem Array-XS zugreifen wollen. i muss aber ein Ausdruck, vielleicht ein Literal, des Typs Int sein. Okay. Und hier kommt der entsprechende Hinweis zur Array-Index-Violation, den ich gerade schon genannt habe. Sollten wir in einem Array der Länge n mit Indizes daherkommen, die nicht in diese Menge fallen, zwischen 0 und n-1, insbesondere das n ist ein illegaler Index, dann greifen wir tatsächlich über die Array-Grenzen hinweg und wir bekommen in C0 einen Laufzeitfehler. Das Programm wird abgebrochen mit einer sogenannten Index-Violation. Wir werden die entsprechenden Fehlermeldungen noch oft genug sehen hier in der Vorlesung. Und das zeigt uns an, dass bei der Index-Berechnung offensichtlich irgendwie was falsch gelaufen ist. Alles klar. Also, das hier, das ist tatsächlich ein Ausdruck. Ein Ausdruck, der einen Wert hat, und zwar einen Wert des Typs Tau. Das Element an Index-I in dem Array-XS. Ich kann diese Syntax hier, dieses XS in eckigen Klammern-I, aber auch benutzen, um das Element an dem Index-I mit einem neuen Wert zu überschreiben. Ich kann ein XS in eckigen Klammern-I zuweisen, genau wie ich das hier unten in diesem entsprechenden Beispiel hier gemacht habe. XS eckige Klammern-I ergibt sich zu E. E ist irgendein Ausdruck des Typs Tau, ein neues Element, das am Index-I zu speichern ist. Wir benutzen also diese Syntax nicht nur zum Zugriff, zum lesenden Zugriff, um an der Stelle-I in das Array-Index-XS reinzugucken, sondern auch für den schreibenden Zugriff, um den entsprechenden Index, das Element an Index-I mit dem Wert-I zu überschreiben. Okay. Ihr seht hier, ich habe eine Fußnote angebracht hier an der Stelle. Eine Fußnote, die sagt, Mensch, tatsächlich ist es in den Sprachen der C-Familie so, dass manche Konstrukte sowohl auf der rechten, hier, auf der rechten, als auch auf der linken Seite eines Gleichheitszeichen, so eines Zuweisungszeichens irgendwie stehen dürfen. Okay. Hier auf der rechten Seite greife ich lesend auf den entsprechenden XSI-Wert zu. Wenn es hier auf der linken Seite steht, wie hier in dem Beispiel, greife ich schreibend auf den entsprechenden Index-I im Array-XS zu. Darum unterscheidet man die sogenannten Left-Values, die sich immer links von einem Gleichheitszeichen befinden, und die Right-Values, die sich immer rechts von einem Gleichheitszeichen befinden, die unterscheidet man in den Sprachen der Familie C. Kommen wir im Laufe der Vorlesung ab und zu mal drauf. Das sind die sogenannten L-Values, Left-Values, und R-Values, Right-Values, die man da zu unterscheiden hat. Wir haben schon andere L- und R-Values kennengelernt, nämlich die ganz normalen Variablen. Variablen können sowohl links zur Zuweisung als auch rechts lesend von einem Gleichheitszeichen auftauchen. Variablen sind ganz normale L- und R-Values. Und genauso verhält es sich hier mit diesen Array-Indexierungen. Alles klar. Ich denke, das sind die warmen Worte, die ich loswerden wollte zu Arrays und Array-Indexierungen. Lass uns das Video nicht beenden, ohne tatsächlich auch mal reinzuschauen in Coin und das mal irgendwie praktisch zum Fliegen zu bringen. Hier bin ich drüben in meinem Sublime Text. Ihr seht schon, ich habe die Shell ein bisschen größer gezogen und den Editor klein gemacht, weil es mir an der Stelle nur darum geht, tatsächlich mal mit Coin zu interagieren. Und zwar werde ich hier Coin-D aufrufen für Dynamic Checks. Okay. Und gleichzeitig noch das File Print Array.10.0 als Argument mit reingeben. In Print Array.10.0 ist eine Funktion vereinbart worden, die mir erlaubt, in die Elemente eines Arrays reinzuschauen. Lass uns mal schauen, wie die Funktionen hier aussehen, die uns jetzt alle geladen wurden. Okay. Also offensichtlich sind alle Funktionen hier aus Con.io geladen worden. Vielen Dank, Print Array.10.0. Alles klar. Hinzu kommt der hier. Die Print Int Array-Funktion. Okay. Ja. Das ist eine Void-Funktion. Ich sehe schon, da geht es wohl nur um Seiteneffekte und das Print hier zeigt mir, glaube ich, schon an, was da passiert. Da kann ich offensichtlich ein Integer Array irgendwie als Argument reinstecken und die Elemente werden ausgedruckt. Tatsächlich sieht das ganz genauso aus. Hier ist das Integer Array, Parameter namens xs, erster Parameter und n. Das ist die Anzahl der Elemente. Die n ersten Elemente aus dem Integer Array xs, die werden mir hier an der Stelle ausgegeben. Alles klar. Also wäre es dann doch sinnvoll und sehr, sehr wichtig zu wissen, wenn ich Print Int Array aufrufe, wie groß dieses n hier irgendwie werden darf. Klar, das könnte 0 sein, das könnte 1 sein und so weiter. Aber es darf nicht zu groß sein. Mein Array xs wird eine bestimmte fixe Anzahl von Elementen speichern. Natürlich nur so viele Elemente kann ich maximal mit Print Int Array an der Stelle ausdrucken. Wir können gleich gucken, wie uns das hier an die Ohren fliegt. Okay, wir können nichts machen, ohne dass wir uns eine entsprechende Variable, eine Array-Variable deklarieren und das mache ich hier an der Stelle. Jetzt gibt es eine Integer Array-Variable xs. Okay, und auf die zuzugreifen ist zu diesem Zeitpunkt nicht ratsam. Das ist ein Unintialized Value, so wie wir das kennen. Okay, also könnte ich das Ding mehr initialisieren und definieren. Und das macht man bei Arrays mit einem Alloc Array Aufruf. Der braucht genau zwei Parameter hier. Hier kommt der erste Parameter hin, hier kommt der zweite Parameter hin. Das ist die Array Größe. Wenn ich versuche 10 0 aufs Kreuz zu legen und hier in einer Integer Array-Variable Platz zu schaffen für 10 Booleans zum Beispiel, dann wird mir das entsprechend beim Typ Check um die Ohren gehauen. Eine Integer Array-Variable, die kann natürlich nur auf Integer Arrays verweisen. Also dann legen wir halt ein entsprechendes Integer Array an. Und genau, das ist an der Stelle passiert. Und ihr seht, dass sich in der Variable in xs nicht tatsächlich die 10 Elemente befinden, sondern es befindet sich diese Referenz. Die ist 32-Bit groß. Die Referenz, die uns im Heap, im Speicher direkt auf die entsprechende Array, ein Int Array mit 10 Elementen verweisen wird. Okay, das ist die gesamte Information, die wir brauchen, um nachher auf die einzelnen Elemente auch tatsächlich zugreifen zu können. Und wir können uns davon überzeugen, mit unserer PrintInt Array-Funktion, das erste Argument ist das Array selber, das zweite Argument ist die Anzahl der Elemente, die ich ausgeben will, vom Start des Arrays aus, also 10 Stück. Wir können, ich sorge nur mal für das Flushing hier, wir können uns tatsächlich auch die Elemente in diesem Array anschauen. Was würden wir erwarten? Direkt nach einem Alloc Array sind alle Elemente mit dem Default-Wert initialisiert. Wir haben den Elementtyp Tau hier, der Default-Wert zum Typ Int ist 0 und tatsächlich stehen da lauter Nullen drin. Wer nachzählt, das sind entsprechend genau 10 Nullen. Okay, meine PrintInt Array-Funktion ist flexibel. Die müsste man nicht unbedingt im gesamten Array-Inhalt ausgeben. Sie können mir auch nur die ersten 5 Elemente zum Beispiel ausgeben. Das könnte ich hier an der Stelle machen. Und dann sieht es ganz genau so erst. Okay, das ist das Element am Index 0, das ist das Element am Index 4. Okay, 5 minus 1. 5 Elemente sind ausgegeben worden, ganz hervorragend. Sollte ich die PrintIntArray-Funktion benutzen, um vielleicht auf die ersten 11 Elemente zuzugreifen, das würde mir einen Zugriff unter anderem auf das Element xs in eckigen Klammern 10 bescheren, innerhalb der PrintIntArray-Funktion. Da wird sich PrintIntArray an der Stelle beschweren mit einem sogenannten Requires-Annotation, die fehlgeschlagen ist. Und auf diese Annotations werden wir in Kürze hier im Rahmen unserer Diskussion noch kommen. Alles klar. Aber das ist eine Operation, die zurückgewiesen wird. Wir werden nicht einfach hinter die Grenzen des Arrays xs irgendwie greifen können usw. PrintIntArray wehrt sich schon an der Stelle dagegen. Wir können Array-Indexierung benutzen und an die 0. Stelle des entsprechenden Arrays schauen. Da steht zurzeit eine 0 drin. Das ist genau diese 0 hier. Wir können an die Stelle 9 greifen. Auch da wird sich zurzeit eine 0 befinden. Das ist genau dieses xs9, genau das letzte Element hier an der Stelle in dem Array. Wir könnten versuchen mit einer IndexViolation auf ein nicht existentes Element zuzugreifen und würden mit einer entsprechenden Fehlermeldung irgendwie beladen werden. Wir könnten versuchen hinter das Array zuzugreifen. In einem 10-elementigen Array gibt es kein Element mit dem Index 10. Und tatsächlich, das ist ein entsprechender Fehler, der uns mit einer IndexViolation zurückgewiesen wird. Okay, was wir machen können ist, wir können diese Array-Indexierung als L-Value benutzen, hier auf der linken Seite und tatsächlich Zuweisungen durchführen. Okay, xs5 ergibt sich zu 42, alles klar. Ein Seiteneffekt passiert. Okay, xs5 ist jetzt tatsächlich 42, wird hier versprochen. Das ist der Seiteneffekt, der uns an der Stelle interessiert hat. Und wir könnten das nachkontrollieren, indem wir mit PrintIntArray da nochmal nachschauen, nicht mit 5, ja genau, hier so an der Stelle und sehen tatsächlich hier am Index5, okay, hier ist Index 0, 1, 2, 3, 4, 5. Am Index5 ist jetzt tatsächlich die 42 gespeichert worden. Genauso sieht es aus. Also diese Array-Indexierung-Syntax hier, die kann tatsächlich als L-Value und als R-Value generieren. Wir könnten zum Beispiel hier Zuweisungen schreiben, in der wir die Array-Indexierungsnotation benutzen, gleichzeitig als L-Value und als R-Value auf der rechten Seite des Gleichheitszeichens. Wir können auch gleich noch einen zweiten Zugriff machen hier. Also xs4, das sind die benachbarten Elemente und xs6, das sind die benachbarten Elemente von xs5, die werden entsprechend auf das halbe bzw. auf das doppelte von xs5 gesetzt. Und durchgeführt, beide Zuweisungen mit Print-Int-Array in den Inhalt unseres Arrays reingeschaut. Tatsächlich finden sich dort die benachbarten Elemente jetzt, die die entsprechenden Werte tragen. Okay, ja, das war meine schnelle, super kurze Einführung in Arrays, in die Containerdatenstrukturen, die unsere ganzen Diskussionen bis Ende Juli hier an der Stelle irgendwie bestimmen werden. 100%ig alle Diskussionen, die wir im Rahmen dieses Chapters führen würden. Ich mache hier an der Stelle den Deckel drauf. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Video für Chapter 3 dabei. Haut rein, ich bin auf jeden Fall hier, ich warte schon auf euch. Ciao, bis dahin. Tschö. 1. 3. 9. Vielen Dank.